Ihr wollt euch einen Nebenverdienst aufbauen? Wie wäre es dann mit 5.000 bis 10.000 Euro extra im Monat? Wir haben für euch das Side-Hustle dafür. Ihr braucht nicht vor der Kamera zu stehen, ihr müsst niemals euer Gesicht zeigen, ihr braucht kein teures Equipment und es ist ganz einfach loszulegen. Bei diesem Side-Hustle handelt es sich um YouTube Automation. Hierbei erstellt ihr oder Freelancer Videos für euch, bei denen ihr niemals euer Gesicht zeigt. Der ganze Prozess von der Erstellung des Skripts bis zur Videoerstellung inklusive Thumbnail können von anderen erledigt werden. Alles was ihr tut, ist am Ende das Video hochzuladen und von YouTube für die Klicks bezahlt zu werden. Ihr wisst nicht, ob das was für euch ist? Wir haben heute für euch eine echte Größe im YouTube Automation Business in Deutschland bei uns. Zu Gast ist heute Finn Röber. Er betreibt über 27 YouTube Kanäle mit über 3,5 Millionen Abonnenten und über 500 Millionen Aufrufen. Er wird uns heute die häufigst gestellten Fragen zu YouTube Automation beantworten und los geht's nun mit Finn Röber. Hi, mein Name ist Finn Röber und ich betreibe 27 solcher gesichtslosen YouTube Automation Kanäle. Ich weiß also genau, wovon ich spreche und ich bin mir sicher, ich kann euch heute noch ein, zwei wirklich hilfreiche Tipps hier mit auf den Weg geben, damit ihr einfach einen einfacheren Start auf YouTube habt. Und zwar muss ich erstmal sagen, mega geiler Content hier auf dem YouTube Kanal vom Karrierehelfer. Ich verfolge ihn auch schon eine Zeit lang und muss wirklich sagen, die Videos sind ziemlich geil gemacht und haben immer ziemlich viel Mehrwert. Und umso stolzer bin ich heute natürlich auch ein Teil davon zu sein. Kommen wir einfach mal zur ersten Frage. Und zwar ereilen mich jeden Tag wirklich einige Nachrichten auf Instagram, wo mir Leute schreiben, wie alt muss ich denn sein, um mit YouTube Automation zu starten. Ja, ich bin zum Beispiel 35, 40 Jahre alt, bin ein Familienvater, möchte mir nebenbei noch etwas aufbauen, kenne mich natürlich mit YouTube und diesem ganzen Internet noch nicht ganz so gut aus. Macht das Sinn, dass ich quasi auch einen YouTube Automation Kanal aufbaue? Und wisst ihr, was ganz lustig ist? Ich habe mehr Menschen dabei geholfen, eben mit YouTube Automation erfolgreich zu werden, die jetzt schon über 35 Jahre alt sind, als welche, die jünger sind. Heißt, das Alter spielt absolut keine Rolle. Ich habe schon Leute gesehen, die mit 18 komplett Gas gegeben haben auf YouTube, die mit 15 schon komplett Gas gegeben haben auf YouTube. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die über 5000 Euro mit YouTube verdient haben, die jetzt zum Beispiel schon über 50 Jahre alt sind. Ich habe sogar schon live miterlebt, wie ein 79-jähriger Mann mit YouTube Automation erfolgreich wurde. Und das sagt, denke ich mal, alles aus. Heißt, es ist komplett egal, wie alt du bist. Was auch immer eine häufige Frage ist, ist, braucht man viel Vorerfahrung, beziehungsweise technisches Know-how für YouTube Automation? Dazu kann ich sagen, natürlich, du musst wissen, wie YouTube an sich funktioniert. Deswegen ist es ganz wichtig, einfach generell von Leuten zu lernen, die sich da einfach auskennen. Weil auf YouTube muss man natürlich schon einiges beachten, aber es ist nichts kompliziert. Und wenn du genau weißt, worauf du achten musst, ja, dann ist das wirklich kein großes Hexenwerk. Und du brauchst dafür auch keine große Vorerfahrung. Und technisches Know-how, denke ich, erledigt sich eh damit, dass du die Videos ja eh gar nicht selbst produzierst, sondern du lässt sie ja von Freelancern produzieren. Und die brauchen dann das technische Know-how. Du musst allerdings nur quasi gute Freelancer finden, das Team aus diesen Freelancern quasi aufbauen. Und die übernehmen ja für dich die komplette Arbeit. Du musst dich ja nicht zeigen, du musst die Videos nicht selbst erstellen. Heißt, du brauchst da hingehend auch gar keine Programme oder musst dich damit auseinandersetzen. Und was auch immer viele interessiert ist, woher weiß ich, welche Art von Videos ich erstellen soll, beziehungsweise dann auch hochladen soll auf meinem Kanal. Worum soll es denn gehen? Und ich kenne kaum ein Thema, wozu man nicht Videos erstellen kann. Man muss sich ganz wichtig einfach mal am Anfang auch mal ein bisschen umschauen im amerikanischen Raum, was für Kanäle dort bereits schon Erfolg haben mit YouTube Automation. Und du musst jetzt nicht auf irgendwie ein ganz neues Thema kommen, was es so noch gar nicht auf YouTube gibt. Du als Anfänger hast es wirklich am einfachsten, wenn du dir mal anschaust, welche Kanäle aktuell bei welchen Themengebieten erfolgreich sind. Ich empfehle dir einfach auch generell ein Thema auszusuchen, was dich persönlich interessiert. Ja, ob es Fußball ist, ob es Sport, andere Sportarten sind, ob es irgendwie Sportautos sind oder sonst was. Und dann schaust du, welche Kanäle gibt es dort schon, die erfolgreich sind und guckst, was funktioniert bei denen genau gut und versuchst das halt eben auch für deine Videos quasi anzuwenden. Und du musst jetzt keine neuen Videoideen irgendwie rausfinden, sondern du adoptierst das Ganze für deinen Kanal, heißt, du musst auch nicht besonders kreativ sein. Und ich denke, das vereinfacht es schon mal für die meisten. Und ich bin mir sicher, ich konnte euch hier nochmal ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, damit ihr wirklich einen super einfachen Start auf YouTube habt. Wer da wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen möchte, der kann sich auch gerne mal das Video anschauen, was hier oben verlinkt wird. Das ist wirklich eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein gratis Kurs, den ich hier auf YouTube veröffentlicht habe. Der geht knapp eine Stunde. Nehmt euch da also auf jeden Fall mal die Zeit, wenn euch das Ganze interessiert. Genau, da seid ihr schon mal ziemlich gut mit bedient. Euer Interesse an YouTube Automation ist nun geweckt. Dann schaut euch die folgenden Videos an, um eine vollständige, kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitung zu bekommen, um euren eigenen YouTube Automation Kanal aufzubauen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.